Albumarbeit GUZS, Al Pagan hier im Studio bei Nuri, Nusik alter Whatsapp, Mustafa Alin, der Darsteller aus GZSZ ist gerade bei mir zu Gast und wir machen ein Feature für mein Album und es wird schon eine harte Arbeit, aber es wird auch sehr lustig, darauf freue ich mich gerade auch extrem und ja, wir sind gerade dabei, lasst euch, wie sagt man, lasst euch, lasst euch überraschen, ich wollte sagen, lasst euch gespannt sein, nein, lasst euch überraschen, da wird was cooles, wird lustig auf jeden Fall. Trainier lieber vor dem Spiegel für mein Zigzag, Mama regt dich auf, weil ich zuhause nix tue, stattdessen mach ich mit meinem BMW Spritztür, fuck, fast, du musst nichts tue, nicht nichts tue, weil ich zuhause nix tue, weil ich zuhause nix tue, Mama regt dich auf, weil ich zuhause nix tue, Mama regt dich auf, weil ich zuhause nix tue, stattdessen mach ich mit meinem BMW ne Spritztür, Substantische Spritztür, Spritztür, airspritztür Schwere Sprache, schwere Sprache,해! Und jetzt schlauen hier der Mohler, ich soll die Wohnung putzen, nix dummer da! Trainier bis就cht duo vor dem Spiegel, meine Zigzag, Mama regt dich auf, weil ich zuhause nix tue, stattdessen mach ich mit meinem BMW ne Spritztür! Yeah Die Hälfte habe ich reingefressen. Soll ich nicht vorwappen und erhört mich? Habe ich Jamaican gesagt? Sag ihm mal so. Hartes Geschäft so. Wie läuft das Wappen, Abi? Rappen ist so ein Ding, da muss man sich erstmal hineinversetzen in die Welt des Rappers. Ja, das ist schon sehr herausfordernd. Ich mach dir jetzt eine Pilotspur, da war mein Bruder. Der eine kann es immer noch nicht. Aber er lernt schnell. Dein Text ist locker, sehr gut und hält mit jedem von den Rappern da mit dir. Dein Text ist stabil. Jetzt aber, er macht sich Sorgen, dass er damit nicht klappt, aber es ist normal. Weißt du, er macht das zum ersten Mal. Nee, ich kann mich selber nicht hören sowieso. Yeah, ich soll die Wohnung putzen, nix da. Trainiere lieber vor dem Spiegel für meinen Sixer. Mama regt sich auf, weil ich zu Hause nichts tue. Stattdessen mach ich mit meinem BMW eine Spritztour. Mama regt sich auf, weil ich zu Hause nichts tue. Mama regt sich auf, weil ich zu Hause nichts tue. Warum machst du mal nichts tue? Du sagst doch auf Tour. Nichts tue. Also nicht tue. Warum betontest du so komisch? Weil ich zu Hause nichts tue. Du musst einfach, weil ich zu Hause nichts tue. Mach so wie ich sage. Hör mal meins genau. Weil ich zu Hause nichts tue. Mama regt sich auf, weil ich zu Hause nichts tue. Stattdessen mach ich mit meinem BMW eine Spritztour. Stattdessen mach ich mit dem 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 BMW. So smellschezスtern wir auch noch gut. So lästjastdessen mach ich mit dem Avengers. Von twinsills have ich mit dem Geschenk. Bis zum nächsten Mal.